Du brauchst keine Angst haben. Schön, wenn man ihn einfach angst macht. Schwänger mich! Da würde ich jetzt nicht so gerne sein an deiner Stelle. Da ist ein Loch in der Decke! Ja, da kommst du glaub ich nicht hoch, da musst du glaub ich später... Naja, ich würd mal sagen, ich war mal ein bisschen weniger Nick als Thürmel, ne? Ich muss mir nicht vorstellen, wie ein kleines Kind davor sitzt und so glücklich guckt. Wir sind wieder im Geschäft! Oh Gott, warum atmest du so ängstlich? Das macht mir Angst! Jetzt geht's los! Ey, ich komm wirklich entschwitzen, das kann doch nicht sein. Das ist doch was für dich Nick. Boah, ei, ei, ei. Ich weiß nicht, das hier ist so, ja von mir aus ne halbe Kröte, aber das ist so gruselig! Ich könnte meinen Pillermann durchstecken und einfach rein strunzen. I'm a survivor! Ich sterbe nicht! I'm not gonna give her! Nimm deine Hand weg! I'm not gonna stop her! Der kann mich gar nicht! I'm gonna work harder! Der Mythos! Nein! Die Kette! Die Legende! Nein! Das brutalste Biest von allen! Oh nein! Er ist wieder da! Kleines Schwein, kleines Schwein! Oh Gott! Und zu einem Anfang hab ich gedacht, du meinst Dürmel als Schwein? Wir sehen uns! Verdammt, Hake! Er ist es! Er ist es! Warum direkt er? Ich will nicht ihn! Und wir lassen ihn einfach alleine versterben! Beide ein Schwein lieber abfeiern, dann schon ihm zu helfen! Ich hab inzwischen ein schwulnes Auge, man kann mir sagen, was man will! Einige Outlers Pause und ich spiel noch immer wie ein junger Gott! Boah, so lang! Ah! 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 Ausgewichen, du Trottel! Und ganz ehrlich, wir sind fertig mit ihm! Ich hab mich nicht gesehen, der Mann! Och, nee! Nee! Oh, das ist der Koch! Oh! Der Nicholson! Mein Mann ist Big One und Nick, ey! Genau richtig, ne? So, ich träg's ihn aus! Ha! Parieren, nicht studieren, mein Freund! Ein Lachs, Jungs! Nicht mit mir! Nicht mit mir! Ha! 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 Da geht's los! Die Distillent-Attraktion, ja! Öffne noch! Hu! Doch, nicht die Tür! Wenn ihr weitere Outlast-Folgen noch sehen wollt... Dann schaut die Alten! Schaut die Alten, ja! Das ist das Ende! Das ist noch der DLC hier, was soll das denn? Ja! Wir haben ja doch noch den ersten Teil, die Haupt-Story, gemacht! Ja!